Der Hammer! Pizza, Salatdeller, eine super leckere Glucklauchsoße, die Spitze. Verschiedene Salaten. Hier drüben ist die Zaffsäule. Hier gibt's Goldwein, Weißwein, Rosé, Cola, Fanda, Pia, Heimwasser, Säfchen, Soda. Hier gibt's Pizza, Hamburger Würstchen. Heute gibt's mal wieder Aelia für jeden Tag. Und hier, auf der linken Seite, sehen Sie noch die Nudeln. Und hier, auf der linken Seite, sehen Sie noch die Nudeln. Nachspeisen ist böse okay. Tiranesu. Gutes Obst. Und Eis. Entschiedene Eisrackensäfte. Und hier habt ihr noch die Käse. Die Käse. Brot kann man sich frisch aufschneiden. Brot kann man sich frisch aufschneiden. Die Käse. Die Käse. Dann noch.